An Bord dieses Herberlin One World Flug ist in Kooperation mit Niederlwes nach Frankfurt am Main begrüßen. Meine Gruppe bin ich heute für Eure Sicherheit und Ihr Wohlbefinner Bord zuständig. Herzlichen Dank für Fragen oder mit Scherz. Sprechen Sie uns bitte jede Zeit. Unsere Flugzeit heute Abend nach Frankfurt wird voraussichtlich 45 Minuten betragen. Bis jetzt haben wir die Bonusgrad erhalten für den Herberlin Flug wertvolle. Das Bonus meint für Freiflüge und Statusvorteile gut geschrieben. Wenn Sie mehr über unser Bonusprogramm und die vielen Vorteile erfahren möchten, können Sie sich gerne in der Seite anbinden oder besuchen uns einfach unter herberlin.org. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir haben die ganze Crew. Ich möchte Sie auf den Herberlin One World Flug nach Frankfurt. Meine Crew sind die Verantwortung für Ihre Sicherheit und Sicherheit. Wenn Sie Fragen oder Fragen haben, bitte nicht zu kontaktieren. Vielen Dank. Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord, vor dem Start werden wir Sie mit wichtigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Dazu bitte ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Welcome on board. Before we take off, we want to make you aware of our important safety instructions. I would therefore like to ask for your full attention now. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr leichtes Handgepäck in den oberen Ablagefächern verstaut ist. Schieben Sie bitte schweres Handgepäck unter Ihren Vordersitz. Einige Sitzreihen müssen wegen gesonderte Bestimmungen vom Gepäck freigehalten werden. Vor dem Start möchten wir Sie nun bitten, Ihre Sicherheitsgurte zu schließen sowie gut festzuziehen. Wir empfehlen Ihnen, den Gurt während Ihres gesamten Aufenthaltes geschlossen zu halten. Zum Öffnen heben Sie die Metallschnalle einfach nur an. Während des gesamten Aufenthaltes an Bord müssen Mobiltelefone ausgeschaltet bleiben oder sich im Flugmodus befinden. Schalten Sie bitte zur Start und Landung auch alle anderen elektronischen Geräte ab. Funkverbindungen müssen zu jeder Zeit deaktiviert bleiben. Ihre Kabinenbesatzung informiert Sie gerne, welche elektronischen Geräte Sie an Bord benutzen dürfen. Falls wir Sie auffordern müssen, das Flugzeug schnell zu verlassen, verfügt diese Maschine über acht Ausgänge. Zwei im vorderen Bereich, vier Notausstiegsfenster über den Tragflächen und zwei Türen im hinteren Bereich. Alle Ausgänge sind deutlich mit dem Bord-Exit gekennzeichnet. Am Boden befindliche Lichtleisten leuchten im Notfall auf und weisen Ihnen den Weg zum nächstgelegenen Ausgang. Persönliches Handgeblick lassen Sie in jedem Fall in der Maschine zurück. Über aufblasbare Rutschen an den Türen oder über die gekennzeichneten Fluchtwege auf den Tragflächen verlassen Sie das Flugzeug in einem Notfall. Passagiere, die an einem Tragflächen-Notausgang sitzen, müssen diesen im Notfall öffnen. Bei einem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken aus den Fächern über Ihnen. Ziehen Sie eine Maske zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Atmen Sie ruhig weiter. Erst dann helfen Sie mit Reisenden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Rauchen während des gesamten Aufenthaltes an Bord nicht gestattet ist. Alle Waschräume sind mit Rauchmeldern ausgestattet. Wir sind zum Start bereit. Bitte klappen Sie Ihre Tische hoch, bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Abschließend möchten wir Sie auf die Sicherheitskarte aufmerksam machen. Diese enthält wichtige Informationen über unsere Sicherheitsausrüstung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Thank you for your attention. I hope you have a very...